Hallo, willkommen bei Lino's Sweet Creations. Heute zeige ich dir, wie du die Farben Beige, Kamel und Elfenbein aus Fondant färben kannst. Für Kamel brauchst du Gelb, die Hälfte davon in Braun und ein bisschen Rot. Für Beige brauchst du Weiss und ein bisschen Braun. Und für Elfenbeinfarbe brauchst du Weiss und ein bisschen Orange. Jetzt mich diese drei Kombinationen und vergleich das Ergebnis. Schaffst du es, die Unterschiede zwischen diesen drei Farben zu finden? Schreib einen Kommentar und empfiehle mich an deine Freunde und Familie weiter, wenn dir meine Videos gefallen oder geholfen haben. Nächste Woche habe ich dann noch mehr Ideen für dich. Bis dann, Tschüss!